Hallo Leute, heute ist Alina Dragon Ball dabei und Felicia Flowersy. Ja, und zwar machen wir das Moinland-Championat. Genau. Juhu. Ich muss gerade irgendwo in die Lenkung gucken. Ich mache so gar nicht mehr rum, wie dann kaufe man Scheier. Haha. Ich renne hier einfach mal so rum und ihr läuft mir nach. Ich hoffe gar nicht mehr, weil ich mich gar nicht sehe. Oh. Ich mache jetzt den Chat zu. Ich habe meinen Chat schon lange zu. Na gut, ich sehe nichts mehr. Das wird schwer, das Championat zu machen. Ich versuche mal kurz die Kamera anders zu machen. So Leute, jetzt habe ich euch richtig hingelegt. Hm. Ja. Sehr unbequem. Das klingt irgendwie falsch. Aber naja, was? Das klingt voll falsch. Ich habe euch so, jetzt habe ich euch gerade irgendwie hingelegt. Okay, jetzt mache ich jetzt eine Pause, bis es los geht. Hi. Sie. Sie. Okay, es geht los. Nix. Das tut sie noch nur so. Nein, mein Chat ist auf. Oh. Geil, okay. Okay. Mein Chat war auf. Scheiße. Irgendwie. Okay. Die erste Frage failed. He. Aber die ist schneller als ich. Sitten morgen mit Level 15. So. Ich kann trotzdem mit der mithalten, obwohl mein Channel Level 1 ist okay. Ja, Leute, wie ihr seht, geht es gerade los? Oder ist es gerade losgegangen? Oh Gott, ich hoffe, die Kamera hält noch. Ich bin Platz 19. Ich bin Platz 19. Ich bin Platz 4. Ah. Stimmt. Aber irgendwie fühle ich mich grad... Ich hab die Fahne verpasst. Geil. Was? Ich hab die Fahne verpasst. Oh. Ich bin grad voll gut um die Kurve gekommen. Ich hab schon wieder die Fahne verpasst. Und jetzt hab ich gefehlt. Warum hast du geweint? Hm? Warum hast du geweint? Ich hab keine Ahnung. Was ich doch hatte. Ich bin hier wohl wirklich traurig. Das war mal ne totale Failrunde. Das war ja das... Dritter Platz. Ah! Oh mein Gott! Okay, ich bin dritte. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit dieser wackelnden Kamera. Ja. Heute hab ich für den Abdruck... Oh! Ich bin sehr schlau, dass ihr mit einem Level 1 erfährt. Und mit dem offenen Chat. Ja, Leute. Also... Platz 3. Juhu. Das sieht echt komisch aus. Dieses Bild sieht so... ...beschlägt aus. Komm, ich muss mal kurz gucken. Das da Tue ist. Weil die Kamera im Weg ist. So. Jetzt kann ich nicht mehr springen. Da eine Hand an der Kamera ist. Wow, Leute, Leute. Da kann ich gerne wieder springen, aber das bringt grad irgendwie nichts. Oh Gott! Bonnie, steh! 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 Und... Schleife! Abholen! So. Ich komm mal rein. So. Ich komm mal rein. Irgendwohin... So. Hier. Also... Wir haben ja... Die... Die... Sekunde... Muss man mal gucken, ob das wirklich... Ja, es ist wirklich die dritte Platzschleife. Hier sieht man sie. So. Jupp. Und... Dann... Bis zum... Ja, stehen wir drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!